sag mal wie alt bist du da spielst du weil ja seid ihr alle deutsche ja pakistan deutsch 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 pakistan deutsch das heißt du weißt wie krieg funktioniert mit dir kann man sicher gut spielen märkte so wie ich bin schwarzen wo die talibanischen kinder sind auch sehr schön die die können die haben ein gewisses einfach den umgang mit waffen nein nicht erst mal ich habe zwei geklettert zwei genockt ja ich habe ja hier ist schlecht junge ich habe eigentlich drei leute in zwei sind noch und jetzt nur einer es kommt da noch einer ja komm her ich sag jetzt guck dir das an hier ist einer genau dann da in der einfach jemand hier hat jemand das ist auch ein guter ich muss raus mein gott ja okay dann könnte es wirklich dann so nein 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 dann hättest du ja ich bin tot dazu sagt man einfach nur fbi opener hätte wer es wäre das ein sohn gewesen jetzt macht er noch meine kuh kaputt was ist der unterschied was viel schneller unter ein demo kind oder die pizza die pizza weil das demo nein das demo kind am seil fest ich hab zwei ich bin tot ich weiß nicht wie du heißt hallo ach so ich konnte komplex ich kann mich bauen du hast du hattest auch geändert nummer so ja ach echt ich hätte gedacht es geht wenigstens kaputt nee die ganzen anderen holz gehen kaputt ich glaube ich sei zu weit weg wo seid ihr egal wo seid aber auch meine karte abgelaufen was ist das also sorry leute los gern mal wieder sagen ich habe keinen fast herzinfarkt bekommen bin ich der einzige der immer seinen fuß verkrampfen lässt und dann wenn es zu doll weh tut einfach auf ja bist du denke ich mal was mir hat bekommen wir schauen auf krampf angelehnt ja mein kult ist auch irgendwas über 100 oder so was ist das ich habe den weg geschickt ich habe es kein sprudel schmeckt doch gar nicht so kacke mein vater kommt ins zimmer ja ich schaue so halt auf dem bildschirm er kommt zu meinem zimmer rein ich erschreckt mich komplett weil er mich so antippt und gibt mir dieses ding da genau ja und keine ahnung ist sie ja da muss doch stehen wie das da muss draufstehen wie das heißt orangina ach dieses das schmeckt eigentlich voll ja welches ist rote original ja welches sind welche farbe ja meins gibt es die dose ja keine ahnung er war auch junge ich schicke einfach ein foto jetzt ja ich schick dir auch gleich ein foto zuerst ich meine von der dose nach die scheiße sieht aus ja mache ich auch natürlich nicht hier ich bin ja ja bei einer und er ist ja auch hier ist ein du kommst du kommst auch mit von mir ich brauche nur mehr 500 damit dann habe ich die 15 so ein Abend er auch ja genau die Nürnberg vom Nürnberg ich habe abtüttelt dort werden aber wartet alles Gürtel Prozent er warfeln